Der AVE ist der Markenname der spanischen Eisenbahngesellschaft Renf für das Hochgeschwindigkeitsnetz in Spanien. Ende 2012 erreichte das AVE-Netz eine Gesamtlänge von 2665 km und ist damit das längste Hochgeschwindigkeitsbahnnetz Europas und das zweitlängste. Der Welt nach China Geschichte Die Expo 1992 in Sevilla war der Anlass für Spaniens Einstieg in den Hochgeschwindigkeitsverkehr auf Schienen. Die spanische Eisenbahngesellschaft Renf wollte eine schnelle Anbindung der Hauptstadt Madrid an die Expo Stadt Sevilla. Die alte Strecke über Linares-Bezza war 574 km lang und in großen Teilen eingleisig. Die schnellste Verbindung benötigte nahezu sechs Stunden. Rechtzeitig zum Beginn der Expo konnte die Renf die Schnellfahrstrecke Madrid-Sevilla am 19. April 1992 in Betrieb nehmen. Sie war die erste spanische Eisenbahnmagistrale, die in europäischer Normalspur-Stadt wie in Spanien bis dahin üblich in Iberis-Cherbreit-Spur gebaut wurde. Die Schnellfahrstrecke ist mit 471 km gegenüber der bisherigen über 100 km kürzer. Züge ohne Unterwegshalt fahren diese Distanz in 2 Stunden 20 Minuten. Jose Maria Aschner, spanischer Regierungschef, kündigte im Jahr 2000 an, alle 47 Provinzhauptstädte des Landes an das Avenetz anzuschließen. Sein Nachfolger Jose Luis Rodriguez Zapatero ging noch weiter. Er forderte, kein Spanier dürfe weiter als eine halbe Stunde von einer Schnellzugstation wohnen. Im Jahr 2002 ging als zweiter Ast die Neubaustrecke Madrid-Barcelona. Zunächst nur bis Saragossa und ab 2008 bis in die katalanische Hauptstadt in Betrieb. Die 625 km zwischen den zwei größten Städten Spaniens werden in nur 2 Stunden und 30 Minuten zurückgelegt. Die Züge verkehren derzeit mit einer Spitzengeschwindigkeit von 310 km pro Stunde, können aber in Zukunft bis zu 350 km pro Stunde erreichen. Der Generaldirektor der Fluggesellschaft Iberia kündigte an, ab Eröffnung der Strecke zwischen Madrid und Barcelona kleinere Flugzeuge einzusetzen. Im Dezember 2007 gingen als dritter Ast von Madrid die Neubaustrecke Madrid-Valadolid und im Süden der Abschnitt an Tecara-Malaga. Der letzte noch Ausstehende der Schnellfahrstrecke Cordoba-Malaga in Betrieb. Seit 2005 ist die Weiterführung des zweiten Korridors Barcelona-Figuerres-Perpignan-Perpignan im Bau, inklusive eines 8 km langen Tunnels bei Lepertus. Zunächst ging der nördliche Streckenabschnitt Figuerres-Perpignan-Perpignan nach mehreren Verzögerungen im Dezember 2010 in Betrieb. Wodurch die spanischen Regelspurstrecken vorerst durch das Einlegen einer dritten Schiene in das Streckengleis Barcelona-Figuerres mit dem europäischen Netz verbunden wurden. Der endgültige Lückenschluss erfolgte am 7. Januar 2013. Eine Schnellfahrstrecke zwischen Perpignan und Montpellier und damit die Anbindung an das französische Hochgeschwindigkeitsnetz wird nicht vor 2020 fertiggestellt werden. Am gleichen Tag wie die Eröffnung der grenzüberschreitenden Strecke in Katalonien wurde auch die vierte von Madrid ausgehende Strecke an die Mittelmeerküste in einem ersten Bauabschnitt eröffnet. Die 438 Kilometer lange Strecke verbindet die spanische Landeshauptstadt mit Valentia sowie mit Albadete. Die Fahrzeit auf den 391 Kilometer zwischen Madrid und der drittgrößten Stadt des Landes Valentia reduziert sich von knapp vier Stunden auf 95 Minuten. Am 18. Juni 2013 wurde der 171,5 Kilometer lange Abschnitt von Albadete bis zur Mittelmeerstadt Alicante eröffnet. Die Fahrzeit von Madrid nach Alicante verringert sich damit auf vorerst zwei Stunden und 20 Minuten. Die dritte Provinzhauptstadt der valentianischen Gemeinschaft, Castellon, soll bis 2015 an die Schnellfahrstrecke angebunden werden. Die Züge verkehren mit 300 Kilometer pro Stunde Höchstgeschwindigkeit, können aber in Zukunft bis zu 350 Kilometer pro Stunde erreichen. Im Juni 2013 nach der Eröffnung des 171 Kilometer langen Abschnitt des Albadete-Alicante auf der Schnellfahrstrecke Madrid-Levante, erreichte das spanische Hochgeschwindigkeitsnetz eine Gesamtlänge von 2447 Kilometer. Damit liegt man europaweit an der ersten Stelle vor Frankreichs 2036 Kilometer und Deutschlands 1334 Kilometer. Darüber hinaus befinden sich 1308 Kilometer in Bau und 1702 Kilometer in Planung. Im Jahr 1997 erwirtschaftete das AVE-System erstmals einen Gewinn. Nach dem Platzen seiner Immobilienblase begann in Spanien eine Rezession, die bis heute anhält. Spanien kann nicht mehr so leicht wie früher seine Staatsschulden erhöhen. Seit 2009 wurde auch bekannt, dass Spaniens Banken in einer Krise sind. Spanien hat unter anderem 2012 vom SEM 100 Milliarden Euro erhalten. Die AVE-Ticketpreise sind hoch, die Nachfrage nach diesen relativ teuren Fahrten ist gering. So wurde die Strecke Madrid-Valentia, die 2010 in Betrieb ging, für 3,6 Millionen Reisende im Jahr geplant. Im ersten Jahr lag das Passagieraufkommen bei nur 50 Prozent. Die EU-Kommission hat im Mai 2013 die spanische Regierung aufgefordert, bei den AVE auf die Kosten-Nutzen-Relation zu achten. Im Februar 2013 wurde ein neues Preissystem eingeführt, welches sich stärker an der Nachfrage orientiert. Dabei sank der mittlere Fahrpreis in der Tourista-Klasse um 27,5 Prozent. Ebenso wurde eine Kundenbindungskarte für junge Reisende mit 30 Prozent Ermäßigung eingeführt. Das Handy-Ticket wurde eingeführt und die Nutzung der Buchung über das Internet nahm stark zu. Die marktorientierten Tarife führten zu einer Steigerung der Fahrgastzahlen um 23,5 Prozent, die Zugauslastung stieg von 65 Prozent auf 73 Prozent. Die absoluten Fahrgastzahlen stiegen von 12 auf 14,9 Millionen. An das Hochgeschwindigkeitsnetz angebundene große Städte. Seit 1992 Madrid, Sevilla, Córdoba und Ciudad Real. Seit 2002 Saragossa und Guadalajara. Seit 2003 Jeya und Hüske. Seit 2005 Toledo. Seit 2006 Tarajoa. Seit 2007 Malaga, Segovia und Valladolid. Seit 2008 Barcelona. Seit 2010 Valentia, Cuenca und Alba Adelte. Seit 2013 Girona und Alicante. Seit 2015 Leon und Palenche. Bisher noch nicht angeschlossen sind unter anderem die weiteren wichtigen spanischen Städte. Almeria, Badajoz, Bilbao, Danostia, San Sebastián, Jijon. Granada, Logrono, Mercia, Ovido, Pamplona, Santander, Vigo und Vitoria. Gastheits internationale Verbindungen. Seit Dezember 2013 verkehren Abbezüge auch auf Strecken nach Frankreich. Sie bedienen die Linien Barcelona, Tulaus, Barcelona, Lyon und Madrid, Marseille. Betrieben werden diese Linien von Ellipsos, einem Gemeinschaftsunternehmen von Renf und SNCF. Reisekomfort. Der AVE bietet den höchsten Komfort auf dem spanischen Hochgeschwindigkeitsnetz der Renf. Nahezu alle Sitzplätze sind drehbar und werden vor der Fahrt in Fahrtrichtung gedreht. Daher stehen die Züge im Abgangsbahnhof häufig schon lange vor der Abfahrt am Bahnsteig. Die Bahnsteige sind abgesperrt und nur Fahrgästen mit gültiger Fahrkarte zugänglich. Es werden Gepäckkontrollen durchgeführt. In neueren Bahnhöfen gibt es eine zentrale Sicherheitskontrolle für alle Fernbahnsteige. In älteren Bahnhöfen sind sie teilweise dezentral auf jedem Gleiszugang vorhanden. Auf den Ausgangsbahnhöfen wird das Einsteigen in der Regel 30 Minuten vor Abfahrt freigegeben. Vor Betreten des Bahnsteigs wird die Fahrkarte kontrolliert. Im Zug finden im Normalfall keine Kontrollen mehr statt. Um eine pünktliche Abfahrt zu gewährleisten, schließen die Bahnsteigzugänge bereits zwei Minuten vor Abfahrt. Nicht selten kommt es daher vor, dass Züge den Bahnhof sogar zu früh verlassen. Je nach Strecke bietet der AVE zwei oder drei Wagenklassen an. In allen Klassen gibt es Steckdosen an den Sitzen, über Deckenbildschirme werden Filme oder TV-Sendungen sowie Informationen über die Fahrstrecke angezeigt. Im Zug gibt es einen Cafeteriawagen mit Speisen und Getränken zum Verkauf. Zusätzlich wird auf einigen Strecken auch eine Barmobil angeboten. So können die Fahrgäste kleine Snacks und Getränke auch am Platz kaufen. In der Klasse Prieferente sind die Speisen und Getränke am Platz je nach Tageszeit im Fahrpreis enthalten. Die Klasse Tourista ist die günstigste. Fahrgäste sitzen in der üblichen 2 plus 2 Anordnung. Den Fahrgästen steht das Unterhaltungsprogramm über Kopfhörer zur Verfügung. Diese werden vom Personal während der Fahrt kostenlos verteilt. Ehemalige Prieferente-Wagen wurden zu Tourista Plus umfunktioniert. Die Sitze sind im 2 plus 1 Schema angeordnet und haben gegenüber der Klasse Tourista einen vergrößerten Sitzabstand. Da die Klasse Club nun vollständig abgeschafft wurde, ist in den ehemaligen Clubwagen jetzt die Klasse Prieferente untergebracht. Die Sitzanordnung entspricht ebenfalls einem 2 plus 1 Schema. Zusätzlich ist der Sitzabstand größer als bei Tourista Plus. Außerdem sind die Sitzbezüge aus Kunstleder. Reisen in der Klasse Prieferente bietet eine Vielzahl von Annehmlichkeiten. An einigen Bahnhöfen stehen eigene Parkplätze zur Verfügung. Ebenfalls dürfen besondere Wartebereiche genutzt werden. Im Zug werden kostenlos Tageszeitungen sowie ein Speisen und Getränke am Platz angeboten. Das umfasst je nach Tageszeit Frühstück, Aperitifot, Mittagessen, Meriender oder Abendessen und wird mit einem vorausgehenden Begrüßungsgetränk, einem Getränk aus einer reichhaltigen Getränkekarte sowie Kaffee oder Tee am Platz serviert. Bei Buchung der Reise kann online auch ein Spezialmieren überstellt werden. Aus wirtschaftlichen Gründen wurde die Bewirtschaftung in den letzten Jahren reduziert. So dass inzwischen an Samstagen und auf einigen Strecken auch an Sonn- und Feiertagen kein Amplatz-Service mehr angeboten wird. Fahrzeuge Baureihe 100 als erste Hochgeschwindigkeitszüge befuhren die Einheiten der Baureihe 100dk-Sekunden-Streckennetz. Die Renf entschied sich dabei für den Kauf von 18 Zügen einer Weiterentwicklung des TGV Atlantique als Fahrzeug für die erste Normalspur-Neubaustrecke in Spanien. Kurios in diesem Zusammenhang. Das Zugsicherungssystem sowie die Oberleitung kauften die Spanier bei deutschen Zulieferern, so dass der AVE ein TGV-Derivat mit der deutschen Linienzugbeeinflussung versehen ist. Ursprünglich waren 24 Garnituren bestellt worden, doch man entschloss sich dazu, sechs davon als Baureihe 101 unter dem Markennamen Euromete auf dem Breitspur-Netz einzusetzen. Ab 2010 wurden die Züge der Baureihe 101 jedoch auf Regelspur umgebaut und in die Baureihe 100 eingegliedert. Im Februar 2011 gab ENFA bekannt, zehn Züge der Baureihe für den Verkehr von und nach Frankreich umbauen zu lassen. Anzahl Höchstgeschwindigkeit 300 km pro Stunde Baureihe 102 für die Neubaustrecke Madrid-Barcelona-Französische Grenze benötigte Renf neue Hochgeschwindigkeitszüge. Letztlich entschied man sich unter anderem für den Kauf von 16 Garnituren der von der spanischen Taigo in Zusammenarbeit mit Bombardier entwickelten Taigo 350. Wegen ihrer charakteristischen Frontpartie werden diese Züge umgangssprachlich auch Pato genannt. Anzahl Höchstgeschwindigkeit 330 km pro Stunde Baureihe 103 im Zuge der Ausschreibung zur zweiten Generation des AWE beschaffte Renf neben der Baureihe 102 von Taigo auch 26 Hochgeschwindigkeitszüge von Siemens. Dabei handelt es sich um eine Fortentwicklung des ICE 3, welche von Siemens international als Velaro vermarktet wird und bei Renf die Bezeichnung Baureihe 103 erhielt. Am 16. Juli 2006 stellte einer dieser Züge mit 403,7 km pro Stunde den Geschwindigkeitsrekord im spanischen Eisenbahnnetz auf. Damit wurde er zum schnellsten Serienzug der Welt, denn es handelte sich weder um einen Prototyp noch wurden Umbauten vorgenommen. Anzahl 26 Höchstgeschwindigkeit 350 km pro Stunde Baureihe 112 Für die diversen sich im Bau befindlichen Hochgeschwindigkeitsstrecken wurden 2004 weitere 30 Triebzüge ähnlich der Baureihe 102 bestellt. Die Triebköpfe sind gleich, aber der Zug weist gegenüber der ersten Serie mehr Sitzplätze auf. Anzahl Höchstgeschwindigkeit 330 km pro Stunde Weitere Marken Neben AVE für Langstrecken auf Normalspur mit Höchstgeschwindigkeiten über 250 km pro Stunde vermarktet er in FE seine Hochgeschwindigkeitsverkehre unter Verschiedenen weiteren Markennamen Alaris für Hochgeschwindigkeitszüge auf Iberis Cherbreitspur auf der Strecke Madrid-Valentia-Castellon Alvia für Züge mit anpassbarer Spurweite für Iberische und Tui C Normalspur Avant für Mittelstrecken ebenfalls auf Normalspur mit Höchstgeschwindigkeiten bis 250 km pro Stunde auf Basis des Pendolino Euromet für Hochgeschwindigkeitszüge auf Iberis Cherbreitspur auf der Strecke Barcelona-Castellon-Valentia-Alicante Rennfest NCF on Cooperation on Cooperation für die zwischen Frankreich und Spanien verkehrenden Hochgeschwindigkeitszüge von Ellipsos